Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Dies ist nur ein kleines Infovideo, da ich leider jetzt gerade sehr beschäftigt bin in der Schule und nicht mehr so viel Zeit habe, Videos zu drehen. Ich werde aber trotzdem natürlich meine Kanale noch weiterführen, weil es interessiert mich ja noch immer. Und ich habe mir in den letzten Tagen eine Drohne bestellt. Und ihr könnt natürlich auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eine Idee habt, was ich damit machen könnte. Da könnte man sicher coole Videos drehen. Ich wollte noch sagen, wenn ihr erfahren wollt, was ich gerade so mache, also filmtechnisch, ich arbeite an einem riesengroßen, coolen Projekt. Es wird echt spannend, aber es wird noch eine Zeit dauern, dass es veröffentlicht wird. Und ihr könnt mir ja mal auf Instagram folgen, das verlinke ich euch unten mal. Da mache ich dann Storys und zeige euch ein bisschen, wie und was ich gerade an diesem Video arbeite. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht so traurig, dass es diese Woche nur so ein kleines Infovideo gab. Aber hier blende ich euch mal einen kleinen Teaser für das aufwendigste Projekt auf meinem Kanal ein. Ja, und mehr sage ich euch aber jetzt noch nicht. Auf Instagram könnt ihr auch mehr erfahren darüber. Und damit sage ich auch schon Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich hoffe, ihr bleibt dran.